Herr Bayer, Fels ist ja sehr breit aufgestellt und deckt auch die gesamte betriebliche Altersvorsorge ab mit seinem Know-how. Jetzt ist ja die pauschal dotierte Unterstützungskasse sozusagen das Flaggschiff. Wie sieht denn der USP, das Alleinstellungsmerkmal nun aus bei Ihnen, bei Fels? Ich persönlich betreibe die pauschal dotierte Unterstützungskasse seit 1991, also sehr langjährige Erfahrung seit 21 Jahren. Die pauschal dotierte Unterstützungskasse ist, wie die betriebliche Alterssorge überhaupt, ein sehr interdisziplinärer, ein sehr komplexes Thema aus Arbeitsrecht, Steuerrecht, Betriebswirtschaft, letztendlich auch Versicherungsmathematik, Sozialversicherungsrecht. Fels hat das ganze Repertoire an Fachanwälten, an Rechtsanwälten, an Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Mathematiken, Betriebswirten, BAV und so weiter. Wir haben jede Position mindestens doppelt besetzt, das heißt wir sind auch vor Ausfällen sicher, wir haben die gesamte fachliche Kompetenz im Haus. Wir betreiben das nicht als Anlagevermittler oder Kapitalanlagebetreiber, der irgendwelche Vehikel braucht, um ein Finanzprodukt zu verkaufen, sondern unsere ureigende Aufgabe ist es, arbeitsrechtlich, steuerrechtlich, mathematisch, finanzwirtschaftlich, betriebswirtschaftlich saubere Versorgungswerte einzurechten, diese Maß zu schneidern auf das jeweilige Unternehmen, wirklich anzupassen, wirklich spezifizieren und zu modifizieren, dass es für jeweilige Unternehmen passt. Und das Ganze nicht nur einzurichten, sondern wirklich verlässlich, auch mit der entsprechenden Haftung langjährig sauber und verlässlich nachhaltig zu verwalten. Das ist eigentlich das Wichtige, was uns ausmacht und worauf wir stolz sind.